Aber stell dir mal vor, du wärst in einer Situation, in der du kämpfen musst, um jemandem zu helfen. Was würdest du dann tun, Tristan? Der Tag der Rache ist endlich da. Ich werde ein Land nur für Menschen errichten. Pass auf! Oh, wer sind die bloß? Mutter, was ist denn passiert? Ehrlich gesagt fürchte ich, das könnte ein Fluch sein. Ich werde Mutter retten. Der Leidprinzen von Leonis ist langweilig geworden und er will sich amüsieren. Sag mal, wo kommst du eigentlich her? Gotha! Moment! Der Prinz will es wirklich wahr. Er macht sich auf, um seine leidende Mutter zu retten. Gut, dann wollen wir mal. Was machst du da? Ich werde sie alle retten!